Mit einem Rucksack auf die Bühne. Nein, auf jeden Fall. Nein, keine Angst. So, hier, Allah Allah. Nein, es gibt aber einen Komiker, der macht das, müsst ihr euch mal angucken. Der heißt Amjad, gell? Amjad heißt der. Das ist ein ganz Newcomer, müsst ihr euch mal angucken. Amjad, A-M-J-A-T, der geht mit dem Rucksack auf die Bühne. Ich mach ein bisschen mehr Empfehler, ich muss ja für die jungen Leute auch ein bisschen wärmer. So, und dem soll ich mal an. Kommt euch mit dem Rucksack. Egal, auf jeden Fall. Ist schon krank. Deswegen Leute, man muss da auch ein bisschen... Das wollen die ja, dass wir Angst haben. Das wollen die ja. Leute, Angst ist falsch. Wir dürfen uns... Scheiß Terroristen dürfen uns sowieso niemals das Lachen nehmen. Das ist ganz wichtig. Ja, stimmt. Und außerdem hat der Islam, der wahre Islam hat niemals was mit Terrorismus zu tun. Das ist schon krank. Sich umzubringen ist die größte Sünde. Wir sehen uns jetzt eben schon mal jeden Mal wieder. Ach, mein Herz. Eigentlich.